Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Flüster-Make-up-Tutorial. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen was anderes, aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefällt. So, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was ich mache, hole ich euch ein bisschen näher. Und dann geht's auch schon los mit diesem Concealer hier. Den verwende ich eigentlich immer ganz gern, um mein Augenlid zu primern und auf den Lidschatten vorzubereiten. Und der Concealer eignet sich eigentlich ganz gut, weil dadurch der Lidschatten den ganzen Tag hält und auch nicht in meine Fältchen kriecht. Und das Ganze fixiere ich jetzt mit diesem losen Puder hier von Catrice. Und jetzt, ich nehme da wirklich nur ein bisschen was und sette damit den Concealer. Und by the way, ich möchte heute einen sehr farbenfrohen Frühlings-Make-up-Look schminken. Aber keine Angst, der ist ganz, ganz leicht und vor allem auch einfacher nachzuschminken. Und dafür verwende ich die Mrs. Bella Old Eyes and New Palette. Als allererstes nehme ich diesen schönen rosa Ton und verteile den einfach großzügig in meiner Lidfalte und verblende ihn dann auch so ein bisschen nach oben. Keine Sorge, ihr müsst da gar nicht so präzise arbeiten, sondern einfach nur drauf schauen, dass ihr den Lidschatten schön verblendet. Und dann geht es auch schon weiter mit diesem schönen gelernen Lidschatten. Den gebe ich in das äußere Drittel meines Auges und verblende ihn dann auch wieder in meine Lidfalte und mit dem rosa Lidschatten. Und um den ganzen Look ein bisschen glamouröser zu gestalten, verwende ich diesen Gold Schimmer Ton. Und der ist zwar schon von Haus aus sehr gut pigmentiert, aber mit diesem Fixing Spray kommen diese Schimmerpartikel und auch der Gold Ton an sich noch viel besser aus. Und es tut mir so leid, ich weiß, ich schaue bei diesen Make-up Tutorials immer so angestrengt und irgendwie sehr böse aus. Aber das soll es gar nicht sein. Das ist einfach nur mein sehr, sehr angestrengtes Gesicht, wenn ich mich schminke. Und um das ganze Augenblick so ein bisschen abzurunden, nehme ich den Epic Ink Liner von NYX. Und ziehe mir damit einfach einen dünnen Lidstrich, der dann schlussendlich in einem sehr dünnen und präzisen Wing enden soll. Ja, hier wieder, hier werden wir wieder bei dem Thema mein angestrengtes Gesicht und ich. Also mein gestrengtesen schaue ich aus mir so, wenn ich meinen Lidstrich ziehe, weil das einfach, beziehungsweise den Wing, weil es einfach für mich so viel Aufmerksamkeit erfordert. Und ich mich da wirklich sehr, sehr konzentrieren muss. So, und der Lidstrich ist endlich fertig. Und dann geht es auch schon an die Wimpern. Hier verwende ich eine Mascara von Banana Beauty. Und ich liebe sie, weil sie machen die Wimpern so schön lang und voluminös. Und um den Augenbrauenbogen ein bisschen zu highlighten, beziehungsweise darunter, verwende ich einfach so einen hellen Lidschatten. Und ja, ich würde mal sagen, es geht weiter mit dem restlichen Gesicht. In letzter Zeit verwende ich da ganz gerne den Tensational Primer, weil der schön meine Wimpern minimiert und auch dem Gesicht ein sehr natürliches Strahl verleiht. Und ja, foundationtechnisch seht ihr schon, ich verwende immer ganz gerne zwei Foundations gemeinsam, weil die eine viel zu hell ist alleine und die andere viel zu dunkel. Aber in Kombination ergeben die einfach die perfekte Foundation-Farbe für meinen Hautton momentan. Und ich mag auch das Finish eigentlich sehr gerne. Das ist durch die Maybelline Foundation immer sehr schön glowy und dewy. Und das Ganze verblende ich mit meinem Real Technik-Schwamm. Den verwende ich eigentlich am liebsten, weil der ein sehr schönes und natürliches Ergebnis zaubert. Und ja, das ist mein Gesicht, wenn ich auf der Suche nach meinen Mega-Produkten bin, die ich einfach nicht finde, obwohl sie direkt vor mir liegen. Aber gut, dann geht es auch schon weiter mit Concealer. Den träge ich einfach so ein bisschen unter meinem Auge auf, auf meiner Stirn, meinem Nasenrücken und meinem Kinn. Und verblende das Ganze dann auch wieder mit diesen Beauty-Schwämmchen. Ja, leider ist mir so ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe mir leider selbst meinen Wings ein bisschen mit dem Concealer weggenommen. Aber das werde ich nachher noch richten. Aber zuerst fixiere ich das Ganze, also beziehungsweise die Stellen, an denen ich mit Concealer reingegangen bin, wieder mit diesem losen Puder. Und dann geht es auch schon weiter mit der Reparatur meines Wings. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und auch nicht zu lange gedauert. Und für meinen unteren Wimperkranz mische ich einfach beide Töne, die ich schon vorher verwendet habe, und gebe die dann einfach mit so einem Blenderpinsel unter meine unteren Wimpern. Und mir ist das dann doch ein bisschen zu rosa gewesen. Deswegen habe ich dann auch nochmal diesen Goldton verwendet und den über diesen rosa Töne gegeben. Ja, natürlich darf auch Wimperntusche nicht fehlen und dieses obligatorische Fischmundgesicht. Falls ihr das auch macht, wenn ihr was gerade auftragt, dann schreibt es mir das doch gerne in die Kommentare. Ja, dann geht es auch schon weiter mit Browser. Und da verwende ich momentan sehr gerne diesen hier von Maxfaktor. Und den trage ich einfach ganz großzügig unter meinen Wangenknochen, auf meiner Stirn und auch so ein bisschen auf meinem Hals auf. Und was natürlich auch bei jedem Frühlings-Mekablog nicht fehlen darf, ist ein schönes Blush, das den ganzen Look so ein bisschen aufbeärmt und frischer macht. Und ich nehme da heute dieses mittlere Blush von der Beach Cosmetics in Kooperation mit Mrs. Bella Blush Palette. Ja, ich liebe ihr Highlighter. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und heute habe ich mich für den Mega Glow Highlighter von Wet n' Wild entschieden. Also, der hat so einen sehr, sehr schönen, aber auch natürlichen Glow. Also, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, wenn ihr einen guten und vor allem auch günstigen Highlighter sucht. Und natürlich, natürlich, natürlich brauchen wir auch ein bisschen Augenbraunprodukte. Einfach damit die Augenbrauen ein bisschen dichter und aufgefüllter wirken. Ich verwende immer ganz gerne dieses Augenbrauenpuder von Yusta. Und ihr könnt sehen, ich male da einfach meine Augenbrauen aus und schmink sie nur so ein bisschen dicker. Und zum Schluss fixiere ich sie immer ganz gerne mit diesem Augenbrauen-Gel von L'Oreal. Das fixiert die Härchen ganz gut über den ganzen Tag hinweg. Und vor allem, die Augenbrauen sehen damit nie verkrustet oder unnatürlich aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein sehr, sehr natürliches Lipgloss, was den ganzen Mega-Block so ein bisschen abrundet. Und um das ganze Make-up ein bisschen zu fixieren, verwende ich nochmal diesen Fixing-Spray von Gajis. Und ja, Leute, das ist jetzt der finale Make-up-Block. Ich hoffe es sehr, er gefällt euch und euch hat das ganze Video gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.